Das Begehren ist erstmal ein Begriff, der versucht, noch eine andere Art und Weise, etwas sich zu wünschen oder zu wollen, zu benennen, als das, was wir normal haben. Normalerweise in unserer Philosophie gibt es entweder den Willen, also ich will etwas qua meinem Ich, meinem Verstand oder ich werde von Getrieben, ich muss, es drängt mich heraus. Das Begehren ist ein Versuch zu sagen, dass die Motivation, etwas zu tun, noch etwas anderes sein kann, nämlich eine Orientierung an etwas Notwendigem, etwas, was sowohl von mir innen rauskommt, als auch auf die Welt reagiert oder antwortet, auf einen Ruf, auf eine Notwendigkeit. Und dafür haben italienische Feministinnen das Wort Desiderio genommen, das dann in den deutschen Übersetzungen ihrer Texte mit Begehren eben übersetzt wurde. Und das klingt ein bisschen anders, im Begehren im Deutschen ist dieser sexuelle Unterton mit drin, aber das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil es eben darauf verweist, dass es so ein Angezogensein ist, eine Anziehung hin auf etwas, was aber aus mir heraus mich drängt. Also das Begehren verweist also gerade durch diese sexuelle Konnotation darauf, dass es ein Gegenüber braucht, um sich in der Welt zu äußern. Also die Beobachtung war, dass häufig es für eine Person, für mich selbst nicht so leicht ist, zu erkennen, ob das, was ich tue, ob ich das wirklich will, ob mir das nur von den Sitten eingeredet wird, ob es wirklich notwendig ist, ob es wirklich gut ist. Und da hat sich halt ergeben, dass in der Beziehung zu anderen Frauen, die mich zum Beispiel kennen, dass die viel besser sehen können, ob irgendeine Sache, die ich mache, etwas ist, was meinem Begehren tatsächlich entspricht oder ob es etwas ist, was ich nur tue, weil ich meine, irgendwelche Erwartungen erfüllen zu müssen, also nicht frei. Also Begehren steht auch für Freiheit, in dem Sinn, dass ich etwas tue, was zwar auf die Notwendigkeiten der Welt antwortet, aber nicht in dem Sinne, dass ich das tue, was andere von mir erwarten. In dem Sinne ist es auch eine revolutionäre Motivation, Sachen zu verändern. Naja, das Begehren ist erstmal eine Praxis. Also das ist erstmal, wenn man es als eine mögliche Motivation versteht, kann man das erstmal im Alltag überprüfen. Also die Frage, was ich tue, hat das was mit meinem Begehren zu tun oder nicht, ist eine alltägliche Frage und erstmal keine philosophische. Das Problem ist, dass in unserer Kultur das weibliche Begehren keine Rolle spielt oder auch keine spielen sollte. Also oft, wenn ich mit älteren Frauen zu tun habe, dann sagen die, dass sie gelernt haben, du sollst nicht begehren. Also das Begehren, gerade das Begehren von Frauen, ist lange Zeit negativ bewertet worden oder als unwichtig verstanden worden, weil die Leute haben sich immer Gedanken darüber gemacht, was eine gute Frau tun soll oder was Frauen tun sollen, damit es der Gesellschaft nützt. Und das, was Frauen begehren, das hat halt keine Rolle gespielt. Und deshalb muss ein feministisches Denken erstmal einen Raum schaffen für diesen Gedanken, dass das Begehren einer Frau eine wichtige Sache ist. Und insofern ist es in unserem Denken wichtig, weil, also in unserem Denken sozusagen, weil es eben davon ausgeht, dass Feminismus keinen bestimmten Inhalt hat. Also die gute Feministin muss für dieses oder jenes Thema inhaltlich sein, sondern dass es eigentlich darum geht, in der Welt Platz zu schaffen, damit das Begehren der Frauen sich entfalten kann und einflussreich werden kann. Erstmal ist es individualistisch, weil es das Begehren einer Frau ist, das im Zentrum steht und nicht das Begehren der Frauen, als hätten die Frauen alle ein gemeinsames Begehren, was ja nicht der Fall ist, wie wir alle wissen. Aber es ist nicht individualistisch, weil es eben durch die Beziehung zu anderen Frauen nur in die Welt kommen kann. Also das Begehren kann sich nicht direkt an die Welt richten. Ich kann nicht begehren, zum Beispiel, dass es heute nicht mehr regnet, das kann ich mir wünschen, aber das ist kein Begehren sowas, sondern ein Begehren ist eine Idee, wie ich in der Welt sein will. Und um das in die Welt zu bringen, brauche ich die Beziehung zu anderen Frauen, um es durchzusprechen, um mir Rat zu holen, um mir Hilfe zu holen, und um zu überlegen, was ich jetzt tun kann, damit dieses Begehren, das ich habe, auch nicht nur ein Wunschtraum oder eine Fantasie bei mir bleibt, sondern tatsächlich Konsequenzen hat, tatsächlich irgendetwas hervorbringt. Also mich in Gang setzt, die Welt in Gang setzt. Genau, das ist dieser Gegensatz, das gedacht wurde, das Gegenteil von fremdbestimmt sein ist, ich denke mir was aus, was ich will und was ich setze. Also das Begehren ist tatsächlich nicht so selbstbestimmt, weil es eben eine Anziehung ist, aber es ist ja eine positive Energie. Also wenn ich spüre, ich muss irgendeine politische Aktion machen, ich muss ein Thema bearbeiten, das drängt mich dazu. Irgendetwas an diesem Thema zieht mich an und das macht mich stark. Und Freiheit besteht darin, dieser Motivation dann auch folgen zu können und nicht zum Beispiel zu sagen, also das Thema verkauft sich momentan nicht gut oder der Markt braucht das nicht oder eine gute Frau macht das nicht. Insofern ist es, wie ich finde, ein falsches Verständnis von Freiheit, denn Freiheit in dem Sinne, dass wir uns selber irgendwas erfinden, gibt es kaum. Und Freiheit besteht eigentlich darin, zu unterscheiden, wo funktioniere ich und wo folge ich meinen Begehren. Das sind die zwei Sachen, die ich dagegen übersetzen würde. Zur Gier. Also ich kann mit dem Wort Gier eigentlich nicht so wirklich was anfangen, weil es irgend so, also es ist schwer abzugrenzen. Begehren ist auf jeden Fall auch maßlos. Also es gibt kein eingehegtes Begehren und das Begehren ist auch sehr stark und gerade das Begehren von Frauen ist sehr stark, wenn sie sich mal was in den Kopf gesetzt haben, dann kann es auch leicht größenwahnsinnig oder überbordend werden, das Begehren. Also es ist sozusagen nicht nur einfach Frauenfeindlichkeit gewesen, dass unsere Kultur versucht hat, das weibliche Begehren so niedrig und klein zu halten, sondern dahinter steckt die Erfahrung, dass es tatsächlich eine große Kraft und eine große Energie hat. Und deshalb ist es auch wichtig, eine Kultur zu entwickeln, die dieses Begehren organisiert. Also zum Beispiel, wenn eine Frau völlig größenwahnsinnige missionarische Vorstellungen hat, wie sie die Welt rettet, ist es gut, wenn sie dann einen Maßstab hat in anderen Frauen, die das wieder mit der Welt, so wie sie nun mal ist, in Zusammenhang bringen. Denn ja, sonst kann es auch negative Folgen haben für die Welt und für die betroffene Frau. Also das Begehren ist vielleicht eine Gier, die die positiven Seiten aufgreift, aber zivilisiert hat und kultiviert hat in einer Kultur, die das Begehren wichtig hält, aber auch Wege vorsieht, wie man damit dann umgeht und nicht so blauäugig in irgendwelche Abenteuer einfach hineinlaufen, ohne das mit irgendjemand vorher zu besprechen oder ohne sich realistisch die Folgen zu überlegen. Nee, das glaube ich nicht. Aber es ist anders diskutiert worden. Also wir haben ja diese patriarchale Geschichte in unserer Philosophie hinter uns und die Rollen waren so aufgeteilt, dass die Männer eben diese Philosophie des freien Willens entwickelt haben im Zusammenhang mit, was ist ein Mensch oder was soll der Mensch tun? Also diese Freiheit im Sinne von Unabhängigkeit und für die Frauen die andere Rolle, sie müssen nützlich sein. Und das ist beides falsch und ich glaube, ein besserer, die These wäre oder die Wette wäre zu sagen, über das Begehren der Menschen zu reden wäre ein besserer und realistischer Weg, sich dem Thema, warum machen wir das, was wir machen, zu nähern. Weibliches Begehren sozusagen einfach nur deshalb, weil es Frauen waren, die diese Idee entwickelt haben, aus einer Unzufriedenheit mit dieser Funktion der Nützlichkeit, die man ihnen zugewiesen hat. Aber ich glaube, das begehren natürlich auch Männer auf diese Weise. Also es ist keine speziell weibliche Sache. Also mir hilft es definitiv eher, das Richtige zu tun, weil es einfach dazu führt, dass ich mir andere Fragen stelle. Wenn ich nicht weiß, was ich tun soll oder was richtig ist, dann überlege ich mir nicht, was hat die Wissenschaft dazu rausgefunden? Kann sich das wissenschaftlich beweisen lassen, was richtig ist? Oder was sagt die Moral oder der Mainstream oder der Kommensens? Sondern ich überlege, was würde ich gerne machen? Wo ist bei mir der Strom drauf? Wo ist bei mir die Energie? Und ich kläre das ab in Gesprächen mit Freundinnen, die mich kennen. Was ist ihre Meinung dazu? Wie sehen sie das ein? Wie schätzen sie das ein in Bezug auf mich? Und aus diesen, also das ist einfach eine ganz andere Art, Fragen zu stellen an offene Themen, die man selber mit sich schleppt. Und bei mir funktioniert das gut. Ne, das brauchen auch die anderen, aber die anderen hat man ja auch immer. Also es braucht jetzt nicht unbedingt andere, die auch schon dieses theoretische Denken drauf haben, sondern es braucht einfach irgendwelche anderen, aber es sind auch immer irgendwelche anderen da. Natürlich, klar, wenn ich meinem Begehren folgen will, dann komme ich ohne die anderen nicht aus. Und das ist der Unterschied natürlich auch zum Trieb, den ich einfach so ausleben kann und meinem Willen, dem ich auch einfach so folgen kann. Mit meinem Begehren geht das nicht so, sondern es richtet sich, es braucht auch die Vermittlung der anderen. Und deshalb gesteht man sich das auch vielleicht nicht so leicht ein, also weil es dann nicht so machbar ist und nicht so kontrollierbar ist. Ich finde immer ein gutes Beispiel ist das mit dem Kind, das Hunger hat und schreit, weil es Milch will. Und dann schreit das Kind nicht den Kühlschrank an, wo die Milch drinsteht, das würde nämlich nichts nützen, sondern das Schrei oder das Begehren nach Milch richtet sich an die Mutter oder an die Person, die die Milch aus dem Kühlschrank holt. Und so ist das bei mir auch mit dem Begehren. Also ich will was, aber alleine kann ich es nicht verwirklichen. Aber ich kann mir andere suchen, die mir dabei helfen. Ich bin auch abhängig von Resonanz. Also wenn nur mein eigenes Begehren ist und die ganze Welt dem die kalte Schulter zeigt, dann muss ich mir andere Wege suchen, andere Wege der Vermittlung. Ich bin auf die Vermittlung angewiesen. Ich kann der Welt nicht beweisen, dass mein Begehren richtig ist. Ich bin auf die anderen angewiesen, indem ich sie überzeugen muss. Das ist einfach eine andere Art, auch an Politik ranzugehen. Wenn ich vom Begehren aus Politik mache, heißt das, meine Aufgabe ist nicht, die aller hieb- und stichfestesten Argumente für das, was ich will, zu finden, sondern möglichst viele, die mit mir zusammen, also die ich von dieser Idee auch begeistern kann oder die mir helfen können bei der Verwirklichung meiner Ideen. Also es gibt da nicht die objektive Wahrheit, sondern es ist ein Prozess. Das Begehren ist zum Beispiel auch was, was in Gruppen sein kann. Das ist nicht nur individuell. Manchmal hat man ja Arbeitsgruppen und man sucht nach einem Thema. Und dann plätschert das Gespräch so und die eine schlägt das vor und die andere schlägt das vor. Und dann auf einmal ist so ein Funken und dann hat man ein Thema und alle diskutieren ganz engagiert mit. Und das heißt, dass bei dem Thema jetzt das Begehren der Beteiligten im Spiel ist. Also immer, wenn es spannend wird, wenn die Diskussionen erregt werden, wenn das Herz anfängt zu klopfen, das ist auch wieder so eine Parallele zur Sexualität, dann heißt das, was wir jetzt hier machen, ist nicht nur unsere Arbeit, unser Business, das, was wir machen müssen, sondern da ist jetzt Strom drauf, da ist unser Begehren im Spiel. Und die These ist, dass immer dann, wo das Begehren der Beteiligten im Spiel ist, es spannend wird und es sich lohnt, da an der Stelle weiterzuarbeiten. Und sich dann eben aber auch von Sachen zu verabschieden, die man vielleicht nur aus Pflichtgefühl noch macht. Aber das Begehren ist inzwischen woanders und dann kann man sie auch eigentlich sein lassen. Gut und Böse sind ja so moralische Kategorien. Ich glaube, es gibt ein zerstörerisches Begehren. Und zwar kann das Begehren sowohl andere zerstören, als auch diejenige selbst. Aber das ist dann kein böses Begehren, sondern eines, das keinen Ort in der Welt findet, auf das es keine Antwort gibt. Also Frauen, die oder auch Menschen, die ein großes Begehren haben, aber niemand hört darauf. Niemand hilft ihnen oder erkennt da, was ihr Begehren ist. Also eine Philosophie des Begehrens ist zum Beispiel auch, wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe, zu gucken, wo ist denn deren Begehren? Also was ist denn das, was sie tatsächlich interessiert? Und nicht zu fragen, haben sie recht, haben sie nicht recht, sind sie in der falschen Partei? Sind sie mit mir einer Meinung oder nicht einer Meinung? Sondern man kann da ja auch dann gucken, worum geht es ihnen eigentlich? Also manche Leute streiten sich dann mit mir und verwickeln mich in Streitigkeiten. Und dann kann ich jetzt sauer werden und sagen, die sind so böse, weil sie mich immer missverstehen und mir die Worte im Mund rumdrehen. Ich kann aber auch fragen, warum machen sie das? Was ist das Begehren, was sie antreibt? Also irgendeinen Grund wird es haben, dass sie so aufgeregt sind. Und dann kann man das Böse oder dieses böse Potenzial positiv drehen. Zum Beispiel Neid kann man gut in Begehren umdrehen. Neid ist häufig eine Folge von Begehren, das keinen Ort in der Welt findet. Bis zum Beispiel Neid.